Ich weiß genau, was du vorhattest. Und es gefällt mir nicht. Du solltest wissen, dass ich Verrat nicht ausstehen kann. Und wenn dir dein Leben lieb ist, tätest du besser daran, ihn zu vermeiden. Haben wir uns verstanden? Dieses Mal will ich noch nachsichtig sein, weil du neu bist. Aber du solltest in Zukunft aufpassen, was du sagst. Weißt du noch, als wir dich vor ein paar Wochen gefunden haben? Du hast klitschnass am Strand gelegen, mit zerfetzter Kleidung und in einem bedauerlichen schlechten Zustand. Wir hatten zuerst vor, dich auf dem nächsten Sklavenmarkt zu verkaufen, haben uns es dann aber anders überlegt. Wir nahmen dich auf, gaben dir Kleidung und bildeten dich aus. Dafür bist du uns etwas schuldig, meine Liebe. Jetzt bist du bei uns und du bleibst bei uns. Dein Wissen, deine Kraft hast du allein uns zu verdanken. Es wird Zeit, uns etwas zurückzugeben. Ich bin ein squareder Gesicht, nicht zuverlässig, meine Liebe. Ich bin ein sehr, 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 sehr. Schnellen ist ja zu Hause. Ich bin ein Problem. Ich bin ein sehr, 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 sehr sehr, 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 sehr. Ich bin ein sehr, sehr, sehr Werbent ! Untertitelung des ZDF, 2020